Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Ihr seht, ich mach mal so, da seht ihr mich besser. Ich hab mal die Kamera in der Hand, weil das macht sich jetzt besser. Ich versuche das gerade mal irgendwie so zu halten. So, macht sich nämlich gerade besser, weil ich euch gerne mal was zeigen will. Und zwar möchte ich euch gerne zeigen, wie es aussieht nach einem Wochenende, wenn ich nach Hause komme und bei den Nachbarn war. Weil ich bin ja Freitag abgehauen und bin jetzt wiedergekommen. Werd ich euch mal so rum. Also so sieht das dann auf meinem Arbeitstisch aus. Sieht jetzt ein bisschen schlimmer aus, als es eigentlich ist. Nur die drei, hiervon sind zwei Sachen arbeitsmäßig. Eins ist eine Bauchtasche, muss ich erstmal gucken, was. Hier hat meine Tochter schon aufgemacht, weil sie dachte, ein Paket ist für mich. Weil nur dick eingepackt ist für Papa, also so einen dicken Amazon. Und das ist ja dünn, das könnte ja was für sie sein. Und hier habe ich, das sieht jetzt ein bisschen viel aus, das sind zwei Katzenklos, die ich mir neu gekauft habe für die neue Wohnung. Also, so neu ist die Wohnung ja auch nicht mehr. Aber ich habe keine schönen Katzenklos gefunden, ihr habt. Und jetzt habe ich eigentlich schön gefunden. Da werde ich auch noch mal ein Video machen für die Leute, die es interessiert. Ich mach mal so, da ist das Licht besser. Da werde ich noch ein Video machen für die Leute, die es interessiert. Und, äh, ja, das sind zweimal Akkus und ehemal eine Bauchtasche. Ich hoffe, dass es die Bauchtasche ist. Könnte auch die Lichterkette sein. Ich habe auch eine Lichterkette bestellt, die werde ich auch im Video machen. Weil meine, meine Lichterkette da, die ihr kennt, die da unten mal drum war, also, äh, so rum, warte mal, so rum war. Ja, die ist nicht mehr, die hat auf Atomkraftwerk gemacht. Die hat erst angefangen, ist eine ausgegangen und dann sind die anderen immer heller geworden. Ist die nächste ausgegangen, die war eigentlich eine normale Lichterkette, so mit gelblichem, natürlichem, warmen Licht. Und die war dann zum Schluss, wo ich dann ein bisschen Schiss gekriege, da war dann schon richtig weißes Licht, sah aus wie LED-Licht. Und dann habe ich gesagt, na, machst du mal sicherheitshalber aus der Steckdose. Und dann habe ich die mal rausgenommen und dann ging es auch nicht mehr an, nichts. Und, ja, jetzt warte ich auf mein Lichterband, das soll irgendwann jetzt demnächst auch mal kommen. Dann ein Dampfer-T-Shirt habe ich mir bestellt, das kommt auch noch, da werde ich euch auch noch ein Video zu machen. Mit Preis werde ich euch runter machen. Was habe ich bezahlt? 19,95 Euro oder 19,50 Euro? 19,50 Euro oder 5,90 Euro? Wiss ich jetzt nicht. Ich packe euch die Links natürlich drunter. Ist ein T-Shirt, was zu mir passt, das kann ich euch schon mal verraten. Ja, dann, ach, wenn wir schon mal bei sind, wenn ich so spontan bin und euch das jetzt mal so gezeigt habe, kann ich euch mal so, ich war ja auch, oh, ja, ich habe ein großes Auge. Uh, nee, ohne Schau. Ich bin heute ein bisschen lustig drauf. Ich war auch gerade einkaufen. Ich müsste rein theoretisch, wenn jetzt alles geklappt hat, so wie ich mir das denke, dass es geklappt hat und ich so im Kopf habe, was ich schon gekauft habe und im Vorfeld müsste ich, ja, das Schuljahr hat noch nicht angefangen, das neue Schuljahr. Aber meine Tochter ist immer noch in der ersten Klasse, sind auch erst in zwei Wochen oder so Zeugnisse. Jo, und ich habe schon alles für die zweite Klasse zusammen. Ja, so, und jetzt werde ich das mal so machen, dass ich euch das mal so zeigen kann, was ich heute eingekauft habe. Das war hier mal ganz spontan. Ich war nämlich hier einkaufen. Entschuldigung für die Hand, ich muss jetzt mal hier so mein Dings drin machen. Das ist nicht für meine Tochter, das ist für mich, kennt vielleicht der eine oder andere, ein DDR-Eierbecher, habe ich mir bei Netto geholt. So wie im DDR-Style, ich finde die gut, weil so Kindheitserinnerungen und so. Leider sind da nur zwei Hähne mit bei und das andere sind irgendwelche schwulen Küken. Ja, aber ich habe noch DDR, noch Originale von der DDR und in der Farbe habe ich auch noch mal einen, aber hier sind auch die passenden Löffel gleich dazu. Also kommt das von da her hin, da habe ich genug. So, dann habe ich hier eine Belohnungstafel, oder wie die da heißt, Belohnungstafel geholt für meine Tochter. Da können wir halt notieren, was weiß ich, für Zimmer aufräumen und haste nicht gesehen. Dann habe ich hier noch, ja so hatten sie im Angebot, Chili con carne und Lasagne, habe ich auch halt sechs Pakete, also drei Pakete von jedem genommen. Tassenkuchen in Nougat und in Schoko, zweimal pro Stück, also einmal für mich und einmal für meine Tochter. Ja, ein bisschen sündigen muss auch sein. Ich habe noch eine Ersatzfedertasche geholt. Sie hat jetzt erst eine neue gekriegt, die geht locker noch für das nächste Schuljahr. Aber die war im Angebot und da habe ich gedacht, greifst du mal zu. Ruckzuck ist mal so eine Federtasche kaputt und dann hast du immer ihn auf Reserve zu Hause. Dann habe ich einen Füller geholt, wo ich gucken muss, ob sie den überhaupt nehmen darf. In einem neuen Schuljahr, dann Stifte, Pinsel noch mal neu, noch mal Kleber. So, das ist auch für den Papa, das ist Fliegenband, wenn hier mal die Fliegen auf den Sack gehen. Dann habe ich so eine Schürze gekauft. Seht ihr das? Ja, mit so Fächern. Mal gucken, ob sie das in der Schule überhaupt benutzen darf. Wenn nicht, nimmt sie zu Hause, wenn sie bastelt. Dann habe ich noch mal solche zum Anspitzen. Dann habe ich hier so ein Eulen-Hausaufgabenheft für clevere Faule. Also da, wo man dann hier an der Seite nur eintragen muss, die Stunden. Und die bleiben dann das ganze Jahr drin. Und hier halt auch für Montag, Dienstag, Mittwoch, hier Donnerstag, Freitag. Weil ich verjässe das schon ja noch mal, das nachzutragen. Und hier bleibt das immer gleich. Und dann habe ich halt auch, weil ich nicht weiß, ob sie Eule oder ob sie Katze will. Und falls mit dem Ehen was ist, bei ihr eine Klasse ist nämlich einer, der ja mal so die Bücher kaputt macht. Und da habe ich dann auf Sicherheit noch ein Zwetet in der Hinterhand. Dann habe ich hier noch zweite Klasse und so ein Arbeitsheft für zweite Klasse. Und dann lesen lernen. Sie kann zwar lesen schon, sie ist in der ersten Klasse, aber sie lernt es trotzdem gerade erst. Und ich denke mal, da kann ich ohnehin falsch machen. Dann für mich hier noch was zum Schreiben. Ach Mensch, jetzt mal hier wieder zurück machen hier. So, das war es. Und dafür habe ich jetzt über 50 Euro. Ach so, den Patron habe ich auch gerade noch erneu geholt. Hatten sie nicht mehr Ewigkeiten. Und jetzt habe ich von einer anderen Firma Patron genommen, in der Hoffnung, dass die passen in ihren komischen Schneiderfüller. Weil die haben auch gesagt, das müsste rein theoretisch passen. Und wenn nicht, soll ich es zurückbringen. Weil ich warte jetzt schon eine ganze Weile. Die haben nur rot und schwarz. Und das darf sie nicht nehmen in der Schule. Sie muss blau nehmen. Ja. Jetzt erst mal wieder wegpacken. Packe ich nachher mit meiner Tochter aus. Ach so, ja, kann ich euch gleich mal zeigen. Wochenende, eingekauft, nur jetzt schloss für das Fahrrad von meiner Tochter in Rosa bei Netto. Ich habe endlich, nachdem ich seit Jahren gesagt habe, ich brauche ein Fliegengitter, habe ich mir ein Fliegengitter für meine Tür geholt, hier mit diesen Magneten. Also für meine Balkontür, das will ich gleich auch noch ran bauen. Bin am überlegen, vielleicht mache ich da auch mal einen Odin am Arbeiten oder so. Ich weiß es nicht. Und ich habe mir ein Schraubenzieher-Set geholt. Mit ganz vielen Schraubenzieher und auch kleinere Schraubenzieher, wie ihr seht. Die kann ich auch prima zum Selbstwickeln, also für Verdampfer und so benutzen. Und für zu Hause. Und wenn mal was ist, wenn ich mal irgendwie da in den Schrank bekomme oder mir hole oder so zum Aufbauen, habe ich gedacht, ist das ganz sinnvoll, wenn man mal so einen Schraubenzieher-Set vernünftig da hat. Weil ich habe nicht mehr alle Größen von Schraubenziehern da, weil beim Umzug ist irgendwie, der war weg, der war kaputt, der ist weg. Und dann waren sie alle weg. Dann habe ich jetzt noch eine Kiste im Schrank. Da sind aber nicht mehr so viele Größen drin und deswegen habe ich gedacht, besorg es mal vor. So, und dann habe ich halt das, das will ich nachher noch anbauen. Gut, und das war es dann. Aber ich werde jetzt erstmal ein Video machen, wie ich mit euch die Katzenkloß auspacke. Ich bin heute voll irgendwie, keine Ahnung, was ich genommen habe. Aber ich bin hier voll auf Speedrun. So, Kabel gerade machen. Ich bin seit heute früh unterwegs, habe ein paar Espresso-Intus und Wetter ist gut. Und ich werde gleich Bahn fahren mit der Clean. Also jetzt freut mein Handy. Siehst du, hinter den Kartons habe ich es versteckt. So, jetzt haben wir 13.28 Uhr. Um 14.05 Uhr hat meine Tochter Schulschluss. Das heißt, um 14.05 Uhr, die Schule ist schräg rüber. Muss ich dazu erklären. Die braucht nur einmal ums Haus laufen, ist vor der Schule. Höchstens 5 Minuten, wenn man trödelt. Meine Tochter braucht 15 Minuten bis 20, manchmal auch 25 Minuten zur Schule und aber auch wieder nach Hause. Ich habe auch gedacht, die quatscht sich irgendwie fest oder so. Habe dann mal hier rausgeguckt. Nö, die läuft langsam. Sehr langsam. Guckt, dann träumt ein bisschen. Aber abgelenkt wird sie eigentlich so relativ nicht. Ja, die kommt nach Papa. Na, egal. So, das war es jetzt aber auch. Ich wollte euch nur mal zeigen, wie so ein Wochenende bei mir aussieht. Ich werde jetzt das Fliegengitter mit euch gleich heranbauen und ich werde, oder? Ja, mal gucken, ich weiß es nicht. Aber die Katzenklos weg auspacken und euch mal die neuen Katzenklos hängen. Bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi. Sagt euer Odin.